Es ist eine Diesel-Lok. Wir haben jetzt eine Dampf-Lok, wir hatten eine E-Lok und jetzt haben wir Diesel. Wenn ich das aber auch richtig sehe, ist es einmal die HGK-Variante und die andere? Die andere ist North Rail. Mit HGK sind wir natürlich fast schon wieder lokal koloriert. Die Kölner an sich werden von uns meistens abortiert bei sowas, gleiche Gegend. Und die North Rail ist eine, wie der Name schon sagt, eher im Norden des Kontinents. Ja, aber auch im Norden Deutschlands. Auch im Norden Deutschlands, ja. Ja, also kommt aus Hamburg, sitzt in Hamburg und der hauptsächliche Einsatz ist dort der Verkehr von Hafen zur Station X. Wir müssen aber heute schnell sein eigentlich mit der Erklärung, denn das ist das Schnäppchen des Tages. Alles klar, gleich vorweg. Von Lemke, der ist der Importeur, Mehano, der Hersteller, UVP 209 Euro und wir geben heute, und vielleicht auch noch morgen, wenn die Lok noch da ist, 28 Prozent. Bedeutet 149,99 Euro für die analoge Gleichstromversion. Die Lok gibt es natürlich auch in digital und die Lok gibt es auch mit Sound. Das machen wir dann, beziehungsweise nicht du und ich, dafür haben wir unsere Technik. Das soll ja funktionieren am Ende. Sonst wird es noch teurer und funktioniert erst recht nicht. Aber die Loks gibt es dann natürlich auch mit Sound, wenn das gewünscht ist. Aufpreis können wir gleich mal eigentlich, bevor du jetzt da schon loslegst, mal mit dem Hin- und Herfahren und mit der Erklärung, würde ich mir das mal beim Dennis angucken. Und zwar die G1000, denn das mit Artikelnummer 90244, das würde ich mir auch gerne mal im Webshop angucken. Was muss ich da machen, um die Lok digital von uns zu bekommen? Genau, ich gebe mal eben nochmal die Artikelnummer oben ein, also in der Suche einfach quasi die Artikelnummer eintippen. Dann sieht man auch schon wunderbar, das oben Prozentzeichen, das gefällt mir immer am besten, wenn ich persönlich irgendwo ein Brauch... Genau, hier sieht man schön dann die minus 28 Prozent. Und unter dem Preis, also unter dem reduzierten Preis, sieht man hier ein Feld mit Lok-Digitalisierung. 40 Euro, das klickt man an, sobald dieses Feld angeklickt wurde. Dann muss man ja keinen Decoder mehr dazukaufen, keine Extra-Bestellung oder sonstiges. Gar nichts dazukaufen, das wird bei uns hier quasi intern so aufgenommen von unserem Warenwirtschaftssystem und so quasi weitergeleitet in unsere Technikabteilung. Und die wissen genau, welchen Decoder sie verbauen müssen. Dann hat man zur Digitalisierung nochmal die weitere Option mit Sound. Das kann man auch mit anklicken, der Preis unten addiert sich auf und alles weitere wird dann von uns gemacht und fertig für die Anlage verschickt. Das ist ja super easy und dann geht das Ganze... Genau, wir packen es nochmal in den Warenkorb rein. Ja, guter Plan. Da kann man dann quasi, ich gucke gerade, da wird es nochmal aufgelistet. Genau, wird aufgelistet, die Lok steht da, Lok-Digitalisierung mit Sound. Genau, im Warenkorb dann quasi sieht man dann das Feld Bonusartikel. Gut, dass du direkt jetzt schon drauf eingehst, bevor wir die Lok weiter vorstellen, weil so können wir nämlich jeden nochmal darauf hinweisen, wie wichtig unsere Bonusartikel sind. Die gibt es ja gratis nochmal obendrauf. Genau, da haben wir eine große Auswahl. Da wir jetzt auch einen höheren Warenwert haben von 315 Euro ungefähr, kann man sich natürlich was Schönes aussuchen. Ich finde natürlich immer irgendwie ein Gebäude toll, wenn man jetzt gerade guckt, was der Bernd aufbaut. Müsste man vielleicht mal durchgucken. Oh, die Tankstelle. Hier die Tankstelle. Die packt man einfach so dazu. Genau, die Tankstelle Minol, die packe ich dann mit bei. Die verschwindet dann hier. Ich scrolle ganz schnell nach oben. Und dort sieht man dann im Warenkorb, dass hier die Tankstelle mit bei ist. Macht dann quasi den normalen, zur Kasse gehen, Checkout, wählt aus, wie man zahlen möchte. Da haben wir viele Optionen. Und die Tankstelle gratis. Genau, die Tankstelle ist gratis mit dabei. Die wird dann dabei gepackt, muss dann noch selber aufgebaut werden. Jetzt waren wir so lange beschäftigt mit dem Warenkorb. Ich hoffe nicht, dass jetzt währenddessen jemand schon die richtige Antwort hatte bei dem Gebäude von Bernd. Ich gucke nochmal rein, rufe ich ganz laut. Und dann darfst du ganz laut schreien. Ich komme wieder zu dir zurück, zur G1000 von Mehano. So, Mehano, ein Hersteller aus Slowenien, arbeitet auch mit anderen Herstellern zusammen, beziehungsweise produziert auch das eine oder andere Mal für Hersteller. Ob das jetzt heute noch so ist, kann ich gar nicht so sagen. War aber in der Vergangenheit der Fall. Lemke, deutscher Importeur, bedeutet, wenn man mal ein Problemchen hat mit der Lok, entweder dann bei uns melden, denn bei uns habt ihr die HC schließlich gekauft, hoffentlich. Aber ansonsten steht dann noch der Importeur dafür gerade, deswegen keine Sorge. Der Name Mehano verbirgt sich natürlich auch im Vertrieb von Lemke. Und da gibt es dann auch natürlich Hilfe, wenn es mal was mit der Lok sein sollte. Wir haben aber jetzt natürlich hier nur die analoge Version, haben keinen Sound verbaut oder sonst was, denn ansonsten können wir die Lok natürlich so nicht mehr verkaufen, außer jemand hätte sie jetzt mit Sound gekauft. Ja, aber in der Gänze ein sehr schönes Modell von Mehano umgesetzt. Versuch es mal noch mal ein bisschen zu zeigen, gucken, ob man sehen kann. Du hast zum Beispiel oben durchbrochene Gitter und dahinter dann das Lüfterrad. Du hast ja auch durchbrochene Stufen bei den Tritten. Scheinen mir Ätzteile zu sein. Was denkst du, oder ist das direkt am Rahmen dran? Nee, das sind Ätzteile. Also wenn man es anfasst, dann merkt man, dass es Metall ist. Das heißt, diese ganzen Gitter sind alles lackierte Ätzteile. Und die sind aber auch werkzeitig direkt schon so verbaut. Da muss man nicht noch in irgendwelchen Zugriffbotsen umkramen. Das, was ich hier in der Hand habe, habe ich genau in diesem Zustand vor 10 Minuten aus der Schachtel geholt. Das heißt, man bekommt eine voll aufgerüstete Lok mit allen Teilen. Das Einzige, was man noch nachrüsten kann, sind hier vorne eventuell anstelle der normalen Kupplung Attrappen für Vitrineneinsatz oder wenn man die Lok ohne Anhänger benutzt. Ansonsten ist das so aus der Schachtel und macht einen echt tollen Eindruck. Ja. Und bei dem Schnäppchenpreis sowieso. Und das sind die letzten Stück. Also wenn weg, dann weg. Bei der G1000 ist das auch so, die war in etlichen Ländern oder ist in etlichen Ländern unterwegs. Auch in der HGK-Lackierung. Also das ist jetzt nicht nur hier begrenzt unterwegs. Also nicht nur lokal, sondern die HGK ist ja auch relativ weit verbreitet. Generell ist die G1000, aber auch in den Nachbarländern, ich will nichts Falsches sagen, deswegen lese ich ab. Deutschland, Niederlande, Belgien, Italien, Luxemburg, Frankreich und der Schweiz. In der Schweiz natürlich dann unter SBB. Da gab es auch Varianten. Das sind jetzt noch die letzten beiden von Lemke, die lieferbar sind, beziehungsweise von Mehano. Und die sind jetzt im Abverkauf.